Das kleine Lamm sitzt da und genießt die Frühlingssonne. Hier sind lauter kleine Lämmer. Sind die nicht herrlich? Die liegen da rum. Da hinten lauter Lämmer an der Neckarwiese. Und ihr wisst, was mit denen passiert. Das ist ja bald Ostern und da will ja jeder sein Lamm verraten und das kotzt mich so an. Wenn ich dann so ein unschuldiges Tier hier sehe, schau dir das an. Wer das die Sonne genießt und sein Leben genießt. Und ich möchte ja keinen Vergleich schließen zur Triage. Wer darf leben und wer nicht. Bei den Menschen macht man sich jetzt gerade ethisch die Gedanken, wer kriegt ein Beatmungsgerät und wer nicht. Aber jeden Tag an der Fleischtheke entscheidest du dich dafür, wer leben darf und wer nicht durch deinen Einkauf. Also mach es einfach besser und kauf dir Spaghetti und Linsen und Brokkoli und Buchweizen und Reis und lass die Tiere am Leben und kauf auch keine Milch. Da werden die auch ausgebeutet.